Wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Scheiße. Ah, wir sind nicht alleine! Scheiße, Bruder! Scheiße! Du sagst es sogar noch! Renn, renn, renn! Digga, was ist denn für ein Fing? Mach die Tür zu! Hallo, Freunde! Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video! Ja, heute ein neues Spiel namens Pilgrim. Leon, um was geht es in diesem Spiel? In diesem Spiel haben wir eine Zauberkutsche und müssen mit Kristallen diese Zauberkutsche vorantreiben. Aber, um an Kristalle zu kommen, müssen wir in verschiedene Dungeons, in denen Monster lauern und dort Items finden, die wir dann verkaufen können. Wenn es Nacht wird, kommen ebenfalls Monster. Wenn ihr Bock darauf habt, dann lasst doch jetzt schon mal den Daumen nach oben da und abonniert uns. Viel Spaß! Viel Spaß! Okay, Game-Name? Ich meine, es ist ein witziger Name. Okay, lad mich ein. Leon, was denkst du? Was passt besser zu mir? Ja? Leon, würdest du behaupten, ich bin ein Sniffel, ein Taster oder ein Smirker? Smirker. Du bist der Smirker. Oh Mann, ich wollte aber Sniffel sein. Du bist der Smirker. Ja, dann bist du Sniffel. Dann bist du Sniffel. Dann bist du Sniffel. Was? Der Sniff. Das Video kommt schon wieder so interessant an. Freunde. Dann bin ich der Taster, weil immer wenn ich scheiße, nehm ich ne Löffel und dann taste ich, ey. Löffel. Löffel. Ich will du die du sein. Das klingt nämlich wie... Was sagt du die du aus? Ah, okay. Und ich bin der Sniffel, ich rieche an dir. Das ist ne gute Geschichte. Ja. Okay, Freunde. Okay. Wir gehen da jetzt rein. Genau da hinten dran. In dieses Tor. Da gehen wir rein. Hallo? Oh nein. Hallo? Oh, loin. Oh, loin. Da steht einer. Was ist das? Das hat sich gruselig gemacht. Ask for an Explanation. Explanation. Erklärung. Was ist denn die untertitel? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sag mal, wenn du mich hörst. Was machst du? Ich hab gar nichts verstanden. Ich hab gar nichts verstanden. Okay. Ich verstehe. Es reicht doch jetzt, Mann. Ja, das ist es. Ja, genau. Perfekt, alles klar, machen wir. Jetzt hau ab. HAU AB! Wo bist du, Leon? Wo bist du? Ist das sehr verzögert? Ich glaube, ja, oder? Sag mal jetzt, wenn ich jetzt sag. Okay. Alter, Digga, du hast mir jetzt schon überspät geantwortet. Okay. Jetzt! Jetzt! Alter, locker vier Sekunden. Mach du mal, mach du mal. Jetzt! Jetzt! Alter, was? Okay, das ist viel zu lang. Das geht nicht, gell? Nee, Digga. Nee, dann lass über Discord. Alter, da ist ja ein Kristall. Ich hab ihn! Kristall. Was heißt das jetzt? Kennst du den Comedian Kristall? Ja, den kenn ich. Kennst du Fabian? Ja. Alter, ich hab ne Axt! Dass wir pro, dass wir pro, dass wir pro, Alter, das ist doch keine Axt, das ist ein Kreuz, das ist das. Ähm, dass wir pro Trip im Prinzip nur eine, ein Kristall nehmen dürfen. Hands full. Ja, Mann, wie beim Shisha-Rauch, ne? Ja, Mann, wie beim Shisha-Rauch, ne? Sehr gut! Wie beim Shisha-Rauch! Das, stoß einmal an! Ja, die Schulter tut weh. Ohhhh. Junge, wieso machst du das? Das könnte ein richtig geiler Clip werden und dann küsst du mich. Jaaaa, das ist doch noch ein geilerer Clip. Das ist einfach nur peinlich, Digga, mit dir. Das ist geil, ist das Alter. Mit dir geh ich nicht auf die Gamescom. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Nein! Warte, sollen wir mal lesen, was wir überhaupt machen müssen, oder sollen wir einfach gehen? Gehst du echt? Nein! Lass mich rein, Sascha! Kleiner Noob, Alter. Komm her! Erst, wenn du sagst, dass du normal bist. Okay! Lass mich rein, Mann! Lass mich rein, Mann! Ich bin normal. So, ich öffne die Türen für mich selber. So, ich bin normal. Okay, bist du bereit? Hier, Crystal. Du musst den Crystal hier einsetzen, glaube ich. Hier, Crystal in Socket. Alter! Oh, Alter! Die Magie! Wie bei WoW, Freunde! Das ist ne Leiter, ich geh mal aufs Dach. Okay. Alter, leckt es, oder hängt es. Was gibt's hier oben, Alter? Okay, was müssen wir überhaupt machen? Loll, wer bist du denn? Ich befreie ihn. Wen? Ah, da oben. Oho! Was? Alter! Pigeon release. Was heißt? Too soon. Alter, war das laut. Wir haben schon das Spiel verloren. Wir haben schon verloren. Das war's, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Sei mal wieder Dickel Du. Äh, Du die Du, meinst du? Genau. Und dann starten wir. Nochmal. Jetzt labern wir den Türen nicht an. Wir gehen direkt. Okay. Ja, ist okay, Mann. Ich frag ihn kurz noch ne Explanation. Nee, lass einfach gehen. Red Ways. Du hattest das letztes Mal genommen, ne? Was da drin war. Nee. Ja, aber das war keine Red Ways. Okay. Da oben, äh, Pigeon war das, ne? Heißt, er hat auch irgendwas gemeint, dass wir, dass wir das freilassen sollen, wenn wir fertig sind, glaube ich. Also die, diesen Vogel. Ah, okay. Der da drin war. Dann starte ich einfach. Ah, ich kann auch wieder beenden. Ah, nice. Okay. Das heißt, müssen wir das erkunden hier dann, oder? Das kann gut sein, stimmt. Distance Travel steht hier oben. It follows you. Und da steht, it follows you. Okay. Und da steht jemand. Ich schau mal hinten. Warte. Ich seh nichts. Funktioniert das wirklich? Was denn? Kann ich jetzt hier stoppen? There was nothing. Und jetzt hier raus. Alter. Komm mal mit. Scheinbar. Ich komm mit, okay. Bist du das? Das bin ich, hallo. Oh. Ich hab Licht. Was ist das hier? Alter. Digga, da hinten ist doch jemand. Da brennt Licht. Da ist ne Fackel. Da brennt Licht, ja. Ganz da hinten. Kommt die nicht näher? Ich sehs. Ich bin wieder auf unser... Digga, das ist schon gruselig. Da ist ne Fackel. Da brennt Licht, ja. Da sind Leichenteile. Okay, lass wieder aufs Raft. Lass wieder aufs Raft. Oh, schnell. Das Raft mit... Oh. Okay, scheinbar hat's auch irgendwas mit ner Uhrzeit zu tun. Da steht jemand. Spaß. Lauf einfach, fahr einfach. Warte mal. Wir können nicht weiter. Guck mal. Oder? Doch, wir können da rüber. Okay, okay. Komm schon. Ah, guck. Easy. Nichts leichter als das. Warum sneakst du? Fackel vorne wieder. Sneakig, echt? Ne. Ja, jetzt? Ne, jetzt nicht mehr. Lol, was ist das hier? Das ist covered. Was heißt das? Keine Ahnung. Erreicht. Guck mal, man kann hier chalk... Das ist ne Maske. Nimm mal eins. Clear chalkboard. Chalk hands full. Ah. Und zwar, Freunde. Wir gehen jetzt hier... Ja, was ist unser Plan? Ja? Komm, ich spiel'n Tic-Tac-Toe. Okay. Warte, clear. Warte, ich kann's clearen. Cleared chalkboard. Funktioniert nicht. Oder vielleicht ohne was auf der Hand. Hä? Jetzt hast du schon alles gecleart. Bei mir ist es gecleart. Bei dir ist es gecleart, bei mir nicht? Ja. Warte, ich clear's mal für dich. Klier's mal für dich. Leon? Was ist das? Das ist ein Fackel. Das gefällt mir nicht, Digga. Ah, kann das sein, dass wir doch immer anhalten müssen? Das kann sein, The Merchant... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich check. Du hast dem ja zugehört. Wir müssen irgendwas verkaufen. Ja, ich hab's nicht verstanden. Ah. Ah, wir sind ein Verkäufer. Nein, wir sind jetzt beim Verkäufer, glaub ich. Da ist ein Kristall. Sollen wir da mal hingehen? Da steht auch jemand. Ja, lass mal da hin. Okay. Ich vertraue dir. Du kannst Linksklick auf deine Lampe machen. Dann geht das Lampenöl runter, aber du hast dann wenigstens... Guck mal, da ist ein Kristall. Hier ist die Spieluhr. Ah, da ist ein Händler. Ich hab die gestoppt. Ich hab die Spieluhr gestoppt. Ah, okay. Das ist der Händler. Na? Der hat davon auch irgendwas erzählt, aber ich hab keine Ahnung. Sell Items. Ja, willkommen zu meinem Shop. Kann man... LOL ein Mikrofon. Ah, nee, das ist ein... Ah, 80 Dollar. Wir haben halt nichts, Digga. Kristall kostet 80 Dollar. 30 Dollar each. Es gibt Masken. Im Bus, in unserem Bus gab's auch Masken. Oder eine Maske. Was ist hier? Save your soul. Wahrscheinlich ein Speicherpunkt oder so. Die hab ich gerade eben rausgeschaltet. Kommt da was bei dir? Ja. Bei mir kommt keine Musik. Lol, Digga. Das ist ein bisschen verbuggt, das Spiel. Ja, ja. Ein bisschen verbuggt, Freunde. Okay. Okay, die Sonne... Die Sonne geht auf. Guck mal, oben. Der Mond. Die Sonne geht auf. Guck mal, oben. Der Mond. Alter, wie schnell. Ja, Mann. Lass mal wieder rein. Ich glaub... Können wir auch zurückfahren? Guck mal. Bell rings per section. Ah, das heißt, zu jeder Tageszeit... Leon, nochmal für mich. Wenn wir die Glocke hören, ist ne neue Tageszeit, ja. Was müssen wir machen? Ah, hier kannst du Refill Lamp. Hier kannst du deine Lampe wieder auffüllen. Um was geht das in diesem Spiel? Ich versteh's doch nicht ganz. Boah, ich hab keine Ahnung. Was müssen wir jetzt machen? Du hast doch zugehört. Du hast uns hier mal angeschaut und mir geschickt. Okay. Was ist jetzt passiert? Wir müssen irgendwelche... Ich glaub, wir kommen hier nicht weiter. Nein. Ich glaub, wir müssen irgendwelche Kristalle finden. Unser... Unser Kristall ist leer. Distance traveled. Fünf Meilen oder so. Hallo? Boah, kein Plan, Digga. Ich glaub, da wo wir als erstes sowas hatten, hätten wir anhalten sollen. Sollen wir schnell einfach hinlaufen? Können wir? Oder lassen wir die Taube frei und versuchen uns nochmal. Ja, okay. Und stoppen dort. Ohne zu früh freigelassen. Machst du's? Too soon. Too soon, okay. Ja. Lass mal gleich bei dem Stand noch schauen. Da war nämlich ein Zettel, was wir machen. Alles klar. Dass du mal was nicht verstehst, Digga. Das ist auch ne Premiere. Take the load using your Wagon. Okay. Crystals powered... Ich hab's jetzt in der Hand. Dann liest du's vor. Ich kann's nicht. Ich hab's einmal in der Hand. Dann kannst du's. Ja, geil, Digga. Warte. Ich schmeiß's dir hier hin. Leg's noch hier hin, ja. Crystals powered the Wagon. Das haben wir... Ich dachte, du scheust's gerade. Ja, Mann. Okay. Also. Wir müssen in den Wagen und einfach die Strecke lang. Kristalle lassen uns weiterfahren, wie du schon gemerkt hast. Ja. Der Wagen... Alter, ich kann's nicht lesen, das ist eine scheiß Qualität. Der Wagen wird sich selber steuern. Loote, was du kannst. Ja, ein Fuß ist drin. Dann... Also, wir müssen looten, was wir können. Alter. Was wedelst du da vor mir rum? Ähm... Dann, nach dem Looten, müssen wir den Merchant finden. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und dann das wahrscheinlich verkaufen. Beware the night. Also, Achtung vor der Nacht. Und wenn wir die... Wenn wir die Stadt erreicht haben, müssen wir den Vogel fliegen lassen. Ah, wir können auch den Wagen pushen. Also, wenn wir kein Kristall mehr haben, können wir den Wagen auch schieben. Aha. Alter, siehst du episch aus. Wie können wir denn pushen? Steht da zumindest. Tatsächlich, hier. Push. Guck mal. Warte auf mich. Okay. Wir müssen vor der Nacht Angst haben. Warum? Wann ist die Nacht? Keine Ahnung. Stand nicht warum. Ich habe jetzt die Vase mal mitgenommen. Okay. Kann ich die irgendwie droppen? Mit G. Okay. Ich mache jetzt hier die Energie an und fahr los. Wahrscheinlich ist es eine... Wahrscheinlich ist die Vase vom Anfang schon so ein Loot-Ding. Und wir müssen Juwelen suchen in diesen Städten. Korrekt? Damit wir weiterfahren können. Ich denke. Genau. Oder wir schieben das Ding einfach. Das Ziel ist es in die Stadt zu kommen. Okay. Eigentlich ganz easy. Ja. Naja. Freunde. Dann lass mal gleich aussteigen, wenn wir hier den ersten Punkt haben. Nachts... Sollen wir nachts auf unser Dings hier wieder? Oh. Moment. Jetzt. Hast du getan? Jetzt. Achtung. Ah, okay. Ja. Okay. Der Gewinner... Ja? ... kriegt alle YouTube-Einnahmen von für immer. Spaß! Wer fängt an? Nein, Spaß! Ich fange an. Okay. Du hast Kreis. Okay. Okay. Eigentlich fängt X an. Weil ich bin Kies-Jaw und Kreis. Alter! Jaaa! Okay. Interessant. Digga. Findet ihr das auch interessant, Freunde? Ganz kleines X. Fuck. Ich hab falsch angefangen. Ich hab letztens so ein YouTube-Video gesehen. Wie du jedes Mal gewinnst. Du hast als erstes hier angefangen. Das zählt also nicht. Nein, nein! Gar nicht wahr! Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Nee. Nee. Falsch. Siehst du, wie ich's geresettet hab? Nein. Okay. Was können wir mit der Maske machen? Zieh mal die Maske. Hey! Kann ich sie anziehen? Ich kann damit nix machen. Sofort Maske fallen lassen! Okay! Ich lasse sie hier fallen! Was war das? Oh! Sie liegt jetzt hier auf dem Boden. Also jetzt ist Nacht, oder? Ja, ich glaube auch. Sollen wir noch kurz warten, bevor wir rausgehen? Wir sind eh noch nicht da. Manda Undercroft. Jetzt müssen wir stoppen. Ah! Ich kann auch... Ah, nee, kann ich nicht. Oder? Lass mal kurz noch warten. Es regnet. Hat's grad Ding gemacht? Ding... Hat's... Hat's gemacht? Ding... Es regnet. Ich hab Öl da aufgefüllt. Ah, das ist... Aufgefüllt. Also! Freunde! Ja? Es ist der Tag. Ist das hier? Ah, das... Ist es? Komm, lass uns nen Diamant holen. Okay. Papa, kannst du mir ein Lied aus deiner Kindheit vorsingen? Stammspieler wie Binsen... Achso. Lass mal da hoch, oder? Ja. Hier ist ne Weg. Wo bist du? Oh, ich dachte. Hier ist ne Weg. Hier ist ein Weg. Dieser Weg... Wird kein leichter sein. Wird kein leichter sein. Wird kein leichter sein. Wird kein leichter sein. Dieser Weg... Aha! Light Torch! Nicht mit vielen... Hä? Ich bin einfach hier die cleverste Birne auf der Kerze. Denn dieser Weg... Was? Hier ist ein Stern. Die cleverste Birne auf dieser Kerze. Hier ist ein Gang, in den ich nicht rein will. Hallo? Hallo? Das ist das erste Spiel, in dem du mich nicht gefragt hast, wie man sich duckt oder wie man rennt. Respekt. Danke, Mann. Okay, Leon. Ich bin nämlich die klügste Birne auf der Torte. Gehen wir da rein? Ich bin drin. Hä? Was? Komm schnell rein. Geh durch die Tür. Ja, ich bin durch die Tür gegangen. Da ist was da unten in der Mitte, oder? Boah, Alter, das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Chill, chill. Wir müssen jetzt nur den... Ja. Bist du das... Bleib mal stehen. Nee. Okay. Alter. Was ist das in der Mitte? Ist das wie so eine Figur, die uns gleich angreift? Meine Lampe ist... Ist das wie ein Bossraum? Wieso leuchtet es dir? Weil ich gerade alles angemacht habe. Ja. Du hast eine Kiste, Digga. Wieso ist das hier alles mit so Kreuzen und... Weiß ich nicht, Mann. Ist mal sehr laut. Eine Vase. Ich nehme sie mal. Cross. Kreuze können wir auch mitnehmen, ne? Hands full. Okay. Wir können fünf Sachen maximal tragen. Weiß ich nicht. Sind die Türen gerade zugegangen? Nee. Okay. Digga, das ist eine Engelsstatue oder sowas. Bitte. Hier liegt was auf dem Boden. Bitte. Das sieht aus wie eine Falle. Lauf hier nicht rein, Sascha. Was? Das hier. Das vor mir. Nee, hör auf. Sieht aus, als würden da so Dinge aus. Hier ein Weinglas. Nehme ich mit. Alter. Digga, du bist gerade drüber. Nein. Digga. Digga. Er sagt nein. Muss ich jetzt still sein? Ja, oder? Nein. Nee. Digga. Wieso machst du das? Wieso machst du sowas? Hallo. Ich dachte, das wäre keine Falle. Mhm. Vertraue mir doch einmal in deinem Leben. Nee. Ich kenn doch meine Horrorspiele. Ich kann deine Lampe leider nicht mitnehmen. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja noch welche. Alter, was ist das hier? Ist das auch eine Falle? Soll ich da mal drauf? Auf den Bazar-Teppich? Das ist nur ein Teppich. Geh da drauf. Da passiert nichts. Okay, ja klar. Ja, klar. Was soll da passieren, Digga? Das reicht, ja. Ich will einfach wieder gehen. Nee, du gehst da jetzt schön rein. Meine Hände sind voll. Meine Hände sind voll. Ja, du kannst ja was fallen lassen mit dir. Ich muss eh wieder. Ja, und was denn? Ich hab halt Loot nur. Das ist doch unser Loot. Jetzt such uns verdammten Diamanten. Den verdammten Diamanten. Den können wir doch beim Merchant kaufen. Ich glaub, den können wir nur dort kaufen. Geh weiter rein. Geh weiter rein, wenn du Eier hast. Ich hab keine Eier. Komm, jetzt geh rein! Och, Mann! Aber ich will doch mal schauen, was passiert, wenn wir zum Merchant gehen. Nein, 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 nein! Komm! Geh da rein! Jetzt geh da rein! Geh da rein! Jetzt geh da rein, Junge! Ich hab gesehen, wie dunkel das war. Was war das? Weiß ich nicht. Meine Lampe ist aus. Ah, dann war's das. Guck mal da! Jetzt geh da rein! Nur ein bisschen! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich will wissen, was da drin ist. Siehst du nichts? Nee, ich seh nämlich gar nichts. Oh, nee! Lauf weiter, lauf weiter! Immer links lang! Was ist das? Wieso höre ich Wasser? Wieso ist da ein Loch? Links ist ne Sackgasse. Oh, Mann! Das mag mir nicht gefallen, Sascha. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Vielleicht ist meine Fackel bestimmt auch aus. Was jetzt? Luft zurück. Was war das? Zurücklaufen. Da steht jemand. Soll ich zurücklaufen? Ja. Bitte lass mich! Da ist doch nichts. Ich will das nicht allein erkunden, Mann! Mach die Fackel. Ja, genau. Geh nochmal rein. Geh rein. Schnell. Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr gut, Alter! Du bist halt doch... Chill, da ist nichts. Hast du das nicht gehört? Nee. Böp! Hat's grad gemacht. Nichts gehört. Die Tür ist zugegangen! Nein. Die Tür ist vor mir zugegangen! Pass auf, oben ist so ein Rohr. Direkt über... Schnell bevor es ausgeht dein Licht. Was sind das für... Ich hör Schritte. Nein. Wieso spinnen? Mach mal auf. Doch! Hinter dir! Digga, du hast runtergefallen! Ah! Spinne! Renn! Ah, das waren also doch nichts. Ah! Geh nochmal rein. Also hol nochmal... Nein! Ich will es nicht! Ich meine, du hast ihn verbrannt. Sehr gut. Wieso hast du dich umgebracht, Mann? Ich hab mich nicht umgebracht. Geh da nochmal rein. Ich kann nicht mit... Digga, du verschwindest wertvolle Torch-Zeit. Ah, nice. Okay, okay. Hör auf, die Bude abzubrennen! Alter, der Sound-Bug. Wieso hast du dich umgebracht? Ich hab mich nicht umgebracht. Ich dachte, das wär nichts. Nee, hörst du nicht. Das war doch offensichtlich, dass da was war. Stark! Stark! Mach sie an! Ich tund sie an! Sehr geil! Was ist das? Was ist das? Hat es grad gemacht. Hörst du das nicht? Nee. Doch, ich hab's gehört. Es war genau in der Richtung. Ich will das nicht alleine spielen. Okay. Ich find das nicht lustig, sag ich dir ehrlich. Du bist weit gekommen. Du darfst jetzt... Du darfst jetzt raus. Du darfst raus! Jetzt find ich nicht mehr raus. Digga. Was? Schnell. Als ob du nicht rauskommst. Alter, die Tür ist auch... Die Tür ist angelehnt, das mag ich nicht. Das ist Loot. Das mag ich nicht. Kommentiert alle, das mag ich nicht. Ich find das nicht lustig. Hallo? Hallo? Geh nach rechts. Oh ja, Mann, das mag ich echt nicht. Geh nach rechts. Geradeaus. Ja. Da. 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 Nein, nein, weiter, weiter. Was war da? Aha. Weiter, weiter. Und jetzt links. Was brennt hier? Jetzt links. Und schon bist du draußen. Bist du dir sicher? Ja. Was ist das? Das war nur Feuer. Nee. Was soll passieren, Junge? Ich weiß nicht. Und jetzt geht's unserem G-Wagon zurück. Ich geh jetzt auch hier rein. Oh, was ist das denn? Nein, ich will wissen, was passiert, ob ich wiederbelebt werde. Nächstes Mal kommst du aber mit. Ich kann dich auch aufheben übrigens. Soll ich's mal mitnehmen? Ja, heb mich mal auf. Was soll ich dann fallen lassen? Ein Kreuz. Ja. Wir können ja später nochmal hin. Alter, sieht das eklig aus. Aber ich muss dich... Ah... Okay. Ich hab hier meine Fackel drin. Die Fackel in meinem Arsch. Ich... Weil's mir gefällt, Mann. Hands full. Ja, okay. Verständlich. Ich geh jetzt raus. Bin ich grad am Sneaken? Nee. Nee. Ich bin nur so klein. Okay. Ich geh raus. Okay. Bitte erwartet mich nichts da... Was war das? Da waren Steps. Sehr schön. Hier muss ich durch, oder? Ja. Was steht da vorne? Da ist... Oh nein. Wenn jetzt Nacht ist... Oder vielleicht ist es doch Tag. Ich glaub eher ist es Tag. Junge, wer macht so Geräusche? Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Ja. Ich will das nicht. Ich will das nicht alleine. Ja, du... Bist doch nicht alleine. Du trägst mich doch grad rum. Ja, deine Leiche, Digga. Jetzt wissen wir ja, was das ist. Dass das hier Fallen gibt. Na los. Ja, war das nicht klar von Anfang an? Heal mich. Wie denn? Ich dropp dich erst mal. Kann ich überhaupt droppen? Mit G. Und jetzt? Jetzt brennt die ganze Kutsche an. Ja, und jetzt? Wo ist meine Fackel? Da liegt sie auf dem Boden. Das ist nur Chalk. Nein, weiter. Ah, da vorne. Und jetzt? Ja, was ist jetzt? Jetzt musst du mich wiederbeleben. Ah, ich kann bestimmt zum Merchant fahren, oder? Und dich dann wiederbeleben dort. Das kann gut sein. Soll ich das machen? Ja, okay. Soll ich das mal probieren? Haben wir Nacht? Nee. Oh, Mann. Super gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Wegen dir sind wir tot. Ja, klar. Wegen mir, gell? Hättest du mich mal gewarnt? Hab ich doch, Mann. Ich sneak doch, oder? Oder wieso bin ich so... Du bist einfach klein. Ich bin so klein. Ah ja, guck jetzt. End of the pill. Hä? Siehst du das? Ja. Desperate Measures. Ich bin draußen. Hä? Ich bin auch draußen. Hä? Was war das jetzt? End of the pill. Okay, keine Ahnung. Wir haben es durchgespielt. Geil. Ich lad dich ein nochmal. Hallo, ich bin Dudidu. Ich bin Sniffel. Hallo, Sniffel. Was war das? So, ich nehme unseren ersten Loot mal schon mit. Okay. Es scheint also immer hier so ein Start-Loot zu sein, der random ist. Okay, ich geh mal aufs Ding. Perfekt. Ich hab's jetzt auch verstanden. Wir müssen eigentlich nur Loot sammeln und diesen Merchant da verkaufen. Kann man auch starten, ohne die Tür zu schließen hinten? Geht. Kurz an. Ja, kann man. Sieht irgendwie geil aus. Ich mach's dir trotzdem mal zu. Stell dir vor, hier sitzen. Nee, nee, nee. Löffel. Und ein Holy Energy trinken. Das ist Holy Energy. Unser neuer Sponsor, Freunde. Ihr könnt... Alter, ja. Stimmt, wir kommen denn endlich mal Sponsoren auf uns zu eigentlich. Bock auf ne Runde Tic-Tac-Toe? Ja. Bis wir da sind. Erstmal fang ich an. Okay. Okay. Okay, wir sind da. Alter, Digga. Also... Lass anhalten, oder? Hab ich doch schon. Du hast schon. Ah, sorry. Okay, also wirklich künstlerisch begat bist du wohl nicht. Digga, ich hab nicht mal ein Crosshair. Ich seh nicht, wo ich... Wo ich... Weißt du, ist jetzt Nacht? Nee, okay. Oder ist es Nacht? Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Finden wir es da raus. Was soll denn schon passieren? Das Schwarze mit dem roten Mond sieht eher nach... Was soll denn schon passieren? Was war das? Ah, das ist die Lampe. Ah, okay. Ja, lass gehen, oder? Bevor es Nacht ist. Okay, let's go. Ah, ich komm nicht raus? Ah. Ich drück grad ne ganz falsche Taste. Vielleicht drückst du die ganze Zeit die Neustart-Taste wie bei diesem einen Spiel. Nein, 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 nein. Deswegen werden wir jedes Mal rausgeschmissen. Ja, ja. Okay. Jetzt hier lang. Ja, ich auch. Ich will wissen, was hier ist. Ich eigentlich auch. Alter! Alter! Ist das der normale Weg? Das ist ein neuer... Das ist irgendwie so ein großer... Dude. Hallo? Sie sehen gefährlich oder was? Da geht's runter. Hier. Open Trap Door. Lol! Ah, da kommen wir direkt da runter. Da, wo wir vorhin waren. Dann lass den normalen Weg reinnehmen, oder? Echt? Da kommen wir aber... Da waren wir... Das ist der... Hier endet der normale Weg, so gesehen. Das ist die Tür, wo wir reinkommen. Ah, okay. Guck, hier war der Gang. Ah, lol. Okay. Ah, geil! Okay, let's go. Das ist ne Abkürzung, so gesehen. Scheiße, man. Jetzt hörst du mich ja, jetzt kann ich mich gar nicht verstecken. Ja. Let's go, sagt er. Okay. Das Licht ist unser Freund, merkt ihr das? Momentan haben wir null Leffe. Jetzt nicht in die Falle rein. Momentan haben wir null Leffe. Oben könnt ihr das... Null Dollar, ja. Kann ich die anziehen? Hier sind jetzt keine Falle. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Du wärst schon fast wieder in die Falle reingestammt, Digga. Roden! Hier! Ah, lol. Ach, lol. Da hätt ich geragequittet, sag ich dir ehrlich. Wo denn? Wo? Okay, gehen wir hier lang, also? Warte, kann ich meine... Ah, ich würd gern da, wo ne Fackel wäre eigentlich am Anfang. Dann lass uns da hin. Okay. Das sieht nicht so geil aus. Okay. Ich folg dir jetzt einfach mal. Da ist ne Tür. Hier wäre ne Tür. Hallo? Okay, okay. Dann gehen wir hier rein. Da hast ne Fackel? Oh Mann. Ja, jetzt sind sie hier. Doppeltestesser, Freunde. Nee, ich muss ja meine auch wieder... Ich hab meine wieder... Da ist ne Vase, Digga? Da ist ne Vase. Nimmst du sie? Da sind zwei Vasen. Nimm du eine, ich nehm eine. Okay. Okay. Was war das? Nimmst du sie? Hast du das auch gehört? Da hinten ist auch ne Vase. Da ist noch ne Vase. Nimmst du sie? Ja, ich hab's gehört. Ja, ich kann sie nehmen. Was war das? Spin, spin. Da oben, da oben. Guck, hier. Die kannst du ganz easy verbrennen. Schau. Easy. Warte. Dann zünde ich mir meine Fackel. Warte. Ich bin's. Der Kammerjäger. Hier ist ne weitere Door. Hier geht's weiter, ja. Wir haben halt schon zwei... Also ich hab nur noch einen Slot frei, ne? Okay. Du hast drei Slots, oder? Ich hab noch zwei Slots. Ja, zwei, ja. Sorry. Nichts. Jetzt werden wir getrapped von hinten. Sackgasse. Ja, 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 ja. Geht's hier links, rechts lang? Nee, gell? Nee. Okay. Sehr komisch. Sonst gibt's hier nix, oder? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Und wann beginnt der Horror? Es hätt's noch nix Gruseliges passiert. Hm, es ist schon gruselig genug an sich. Wolang? Hier. Aber ich weiß, was du meinst. Let's wrap. Also, willst du zurück, oder? Ah, okay. Also müssen wir jetzt zurück. Ah, stimmt. Ja. Also hier geht's schon mal nicht lang. Hä? Pass auf die Traps auf auf dem Boden. Wo sind wir? Ah, okay. Im Hauptraum wieder. Sollen wir zurück die Items wegbringen, oder einfach weiter? Lass weiter. Okay, dann zieh ich meine Fackel wieder an. Okay. Ah, scheiße. Ja, warte. Dann lass zusammen. Pass auf wegen der Falle hier. Ja, ja. Da liegt was. Da ist ne Vase. Und ein Weinglas. Ein Weinglas, ja. Da sind zwei Vasen. Und ne Vase. Eine kann ich noch mitnehmen. Okay, dann... Lass die mitnehmen und zurück, oder? Ja, find ich gut. Was war das? Alles gut, Dinger. Wer ist hier? Find ich gut, sagt er, und wir gehen nicht zurück. Ich will jemanden sehen. Ja. Okay, ich bin jetzt im Hauptraum. Ich auch. Ich bin hinter dir. Ah, oben links ist auch die Sprintanzeige. Wie viel Ausdauer du noch hast. Unter dem Herz. Genau, ja. Okay, wir können jetzt nur hier zurück. Hast du Angst? Ja. Ziemlich. Aber die Lampe ist eigentlich Blödsinn. Für den Anfang ganz gut eigentlich, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Hä? Eigentlich hätten wir den da lassen. Weil die nimmt den Platz weg, ne? Aber für zum Hingehen ist die halt gut, ne? Ziemlich dunkel ausfallen, ne? Da hinten war ein roter Mond, hab ich grad gesehen. Da hinten läuft jemand. Spaß. Okay. Okay. Ich mach die Tür zu. Gut. Ich lege meine Vase... Ne, meine Lampe mal hier hin. Deine Lampe? Ja. Soll ich meine mal mitnehmen einfach? Sollen wir weiterfahren, oder was meinst du? Oder schieben. Können wir hier eigentlich was reinmachen? Ne, lass fahren, ja. Sollen wir mal zum... Weil das nächste ist, glaub ich, der Merchant, oder? Hey. Ne, nicht ganz. Jetzt hängt es fest. Ja. Okay, sie ist drin. Na doch. Ja, lass zu dem Merchant und einfach mal ein paar Sachen... Verkaufen. 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 Und schauen, was passiert, ja. Genau. Finde ich cool. Ding, ding. Jetzt ist die Nacht aber. Ja, ist das die Nacht? Sollen wir noch warten, bevor wir rausgehen? Ich bin... Ich geh davon aus. Das Einzige, was wirklich gruselig aussieht. Oh, hier ist der Merchant, oder? Da ist der Ding. Ding, 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 ding. Ding, ding. Ah! Das ist doch... Schwanensee, Freunde! Das ist die Melodie von Schwanensee. Kriegen wir gleich ein Kopier? Wer kennt das? Was war das? Hör mal. Ja, ich hör's. Ich war noch ein Stück weit, ja. dun, 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 Silicon, dun. Gleich ist ja auch wieder die nächste Zeit, ja. Jetzt können wir Items mitnehmen und verkaufen, oder? Hast du noch ein Slot? Nee, oder? Doch, hab ich. Ich habe meine Lampe hier gelassen. Da ist eine Vase noch drin, das ist noch eine Vase, die du mitnehmen kannst. Ich glaube, wir kriegen keine Copyright-Probleme, weil das Lied schon über die Jahre ist. Okay, der Herr am Tresen. Sell Items in Chest. Sell all Items in Chest. Also, geh. Okay. Hä, wir sind zweimal drin? Wie hast du die so gut reingemacht? Wie hast du das gemacht? Einfach reingeworfen mit G? Einfach reingeworfen. Mit G. Ah, mit E. Okay. Mit G. Was? Nein, ich hab noch was. Ah. Take Money. 70. Hast du noch? Du hast noch was gehabt? Ich hab was reingelegt. Er macht es wahrscheinlich gleich zu. Put Items to Sell in Chest. Nee, du musst zu ihm und dann sprechen, glaube ich. Ah. Sell all Items in Chest. Aber hier sind noch Items drin. 80. Wir können uns ein Kristall. Können wir uns ein Kristall holen, damit wir weiterfahren können? Oh, ein Kristallkompass. Ah, Alter. Oh, geil. Der Laterne ist richtig Müll. Warum singt der? Warum singen sie? Langnese. Warum singen sie Langnese? Ja, sieht aus, als ob er schon mal getötet hat. Langnese. Oh, sorry. Ja? Langnese. Oder Masken. Wir können uns auch Masken kaufen. Ich weiß nicht, was die bringen. Ich würde den Kristall nehmen. Lass mal den Kristall nehmen, oder? Für 80. Wir haben perfekt 80. Was war das? Wieso klingt der so? Oh, das gefällt mir nicht, Dicker. Scheiße. Ja, lass mal wieder auf unser Ding, oder? Was ist das hier? Guck mal. Soul, da war ich doch vorhin. Da kann ich dich wahrscheinlich wiederbeleben. Ah, okay, okay. Hier steht Save Your Soul. Ah, verstanden. Ich denke mal, wenn ich dich hier hinbringe, kann ich dich wiederbeleben. Oder du mich. Ja, lass mal auf unser Ding und einfach weiterfahren, oder? Ja, finde ich gut. Ciao. Lass mich bitte auch fahren. Nicht ohne mich. Scheiße, Mann. Wollt nur das. Das heißt, wir können den Kristall jetzt austauschen eigentlich, ne? Wenn er leer ist. Stimmt. Dann kommen wir auf jeden Fall weiter. Ich mach mal den Kristall hier rein. Nicht, dass wir ihn... Behalt ihn lieber. Du kannst ihn eh gleich austauschen. Da liegt er. Jetzt müssen wir ihn austauschen. Kann man Kristalle auch wieder auffüllen? Boah, keine Ahnung. Kannst du ihn noch nehmen? Ja. Ja, klar. Stehe ich bei dir? Oh ja, man sieht's, wie er immer leerer wird. Er geht leer. Wie? Lehrer in der Schule. Sneak ich oder stehe ich bei dir? Jetzt niegst du. Und jetzt? Jetzt niegst du. Jetzt sitzt du. Ah, du bist einfach im Boden verpackt. Jetzt bist du wieder draußen. Hier könnten wir stoppen. Und wieder... Alter, guck mal. Oh, was ist das für Geräusche? Die Kapelle da hinten. Schau mal. Komm mal mit. Oh, nee. Komm mal mit nach oben. Wir haben gleich Nacht. Alter, die Raben. Komm doch nicht. Okay, lass mal. Da mussten wir eigentlich hin, oder? Steht da jemand? In der Ferne, oder? Ja. Da kommt irgendwas, oder? Da bewegt sich doch was vor uns. Ja, ja. Das ist ein Riese, oder so. Digga, lass hier rein. Alter, Alter, Alter. Fahren wir? Oh, scheiße, scheiße. Der ist schneller als wir. Der ist schneller als wir. Der ist schneller als wir. Ich stoppe. Nein, stopp nicht, stopp nicht. Nein, er holt uns. Er hat uns gegrabt. Er will hier rein. Er will hier rein. Er hat uns gegrabt, aber. Mit seinem Kopf. Alter, was? Jetzt potzt er hier. Digga, die Musik. Lecks fällt hier auch so extrem. Lass uns in Frieden. Und jetzt? Was macht er jetzt? Warte, welche Jahreszeit haben wir jetzt? Ich will nicht schauen. Er geht wieder. Das ist da, der rote Mond. Hä? Hast du Angst, hä? Boah, die Musik, Digga. Okay, jetzt ist was anderes. Hey. Okay, jetzt ist wieder... Hä, hast du Angst? Hast du Angst, oder wie? Du gehst nicht hinterher, Digga. Interessant. Der rote Mond ist also das Schlimme. Ja. Okay, komm mit. Jetzt haben wir Zeit. Okay. Ja. Alter. Digga, ich kann nicht rennen. Irgendwas ist verbuggt bei mir, Digga. Ich bin durchgegangen am Sneaken. Boah, Digga, der große Tipp. Du musst halt einfach ein bisschen trainieren. Spaß, Mann. Okay. Okay. Okay, lass dir rein. Hier rennt jemand. Ja. Und wir finden noch heraus, wer hier rumrennt, Freunde. Mein Name ist Sascha. Ich hab meine erste Vase gefunden. Ja. Da ist noch was auf dem Boden. Weinglas. Okay. Freunde, Joko. Ja, kann man nicht durch, oder? Nein. Okay. Bist du bereit, Leon? Hier ist was auf dem Boden. Was passiert jetzt? Eine Falle. Es ist eine Falle. Das ist eine Druckplatte. Ja. Da kommt bestimmt was von rechts oder links. Da ist ein Sägeblatt rechts, glaube ich. Oh ja, gut erkannt. Du musst an der Seite einfach lang, dann passt es. Okay, okay. Es funktioniert, ja. Sehr, sehr geil. Okay, okay. Was sind diese Dinge? Was ist das? Was hier passiert gerade? Kannst du das nehmen? Okay, hier ist auf jeden Fall jemand gestorben, Mann. Ja. Oh, eine Kiste. Soll ich da rein oder geht es dann zu? Oh ja. Eine Kiste. Es hat einfach zugehen können. Ja. Ich bin ein bisschen vorsichtiger als du, zum Glück. Nein. Okay. Ich bin auch vorsichtig. Das Gefühl, hier passiert gleich was. Oder, Freunde? Eine Vase. Ich nehme die Vase mit, oder? Perfekt. Wie viele Slots hast du noch? Eine, oder? Okay. Ich habe noch... Oh, Gott. Ich habe noch zwei. Was war das? Was war das? Was ist das? Ich weiß nicht, Bruder. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Scheiße. Oh, wir sind echt nicht alleine. Oh, scheiße, Bruder. Scheiße. Du sagst es sogar noch. Renn, renn, renn. Digga, was tust du denn für mich? Mach die Tür zu. Er kommt, er kommt. Pass auf, die Druckmachtung. Achtung, Achtung, hier ist die Falle. Okay. Komm, ich mach die Tür zu. Renn, renn. Ja, ja. Warte. Lass die raus. Lass die direkt raus. Er kommt nicht, er kommt nicht. Okay, er kommt. Er kommt, er kommt. Okay, okay. Renn, okay. Renn. Wir sind jetzt wieder da auf der Straße. Und wir haben Blutmund. Oh, Mann. Oh, Mann. Riese. Wir haben noch nicht Blutmund. Wir haben noch nicht Blutmund. Riesig Scheiße. Ja, Mann. Ich hab Angst. Ich raus. Weiß ich nicht. Okay, ich hab die Türen geschlossen. Die sind gar nicht mehr da. Okay, lass gehen, lass gehen. Aber wir haben halt keinen weiteren Kristall. Sollen wir probieren, wie weit wir es schaffen. Er kommt, 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 er kommt. Ah, Mann, es ist auch Blutmund gleich. Ich frag mich, ob wir halt hier drin sicher sind. Was war das? Das war Öl nachfüllen. Warum machst du das so oft? Weil man das oft machen muss. Ah. Damit es komplett voll wird. Okay, wir sind schneller. Die Sache ist halt, was ist... Ja, aber guck mal, unser Kristall ist bald leer. Ja, wir sind hier beim nächsten. Da ist der Merchant. Die Frage ist, ob der... Aber ich hab Angst vor dem Typen, Digga. Meinst du der da? Ja, der hinter uns. Jetzt ist gleich roter Blutmund. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Doch, er kommt. Alter, er kommt riesig schnell. Okay, ich halte an. Lass es stoppen, oder? Ja. Und hier drin bleiben. Ja. Hier drin bleiben und in der Ecke verstecken. So gut es geht. Äh, äh, er guckt rein, er guckt rein. Äh, ja, hallo. Der sieht aus wie die große Version von dem, den wir gerade eben da drin gesehen haben. Mein Herz pocht. Wieso regnet es hier Feuer? Guck mal, hier vorne sieht es aus, als würde es Feuer regnen. Ich glaube, das ist von der... Geh nicht da hin. Nein, nein, es bleibt bei dir. Geh! Geh weg! Oh, es hat geklappt. Verarschte uns. Warte. Ja, okay, okay, er geht immer. Hä? Geh weg! Oh, Decker, okay. Okay, pack deine Sachen. Lass mal die Sachen verkaufen. Ja, feier ich. Pack deine sieben Sachen. Laterne kann ich nicht verkaufen. Den Kristall können wir auch nicht verkaufen. Soll ich den mal mitnehmen? Ja, nimm den leeren mit. Sehr gut. Vielleicht können wir irgendwas damit machen. Ich bin schon da. Ah, okay. Missing a friend? Nobody, no problem. Get a mask from the... Wagon doors. Digga, guck mal. Ah, lol, die können wir uns kaufen. Nur 100 Dollar. Aber was bringt das, Digga? Der macht sie doch einfach kaputt. Ja. Schöner Shop. Du kannst sie mit E reinmachen. Nein, kann ich nicht. Doch, doch. Da steht bei mir E put item to sell im Chest. Ah, okay, ja, hast recht. Nee, E. Hab ich? Wenn du jetzt mit ihm reden... Zack, bitte lass es 100 sein, bitte. Wow. 40, Digga. Ja, wir haben weniger gefunden als letztes Mal. Wir können uns nicht mal den Kristall kaufen. Okay, lass uns nichts kaufen. Ich hätte gern diese Türen. Man kann ins Minus gehen, geil. Ich hab die Tür gekauft. Ich bin im Minus. Minus 60, Digga. Wir bezahlen den Kredit nie zurück, Mann. Soll ich den Kristall kaufen, wenn wir ins Minus gehen können? Ich mach das nicht. Doch, komm. Wir müssen. Wir können nicht so weit ins Minus. Wir nehmen die Türen wieder. Er kommt. Er kommt. Wir können nicht weiterfahren. Wir können nicht weiterfahren. Wir haben kaum noch Kristall. Okay, dann machen wir folgendes. Wir nehmen das. Komm mit. Schnell. Okay, ich komm mit. Lass uns das probieren. Aber ich glaube, da kann man nur sich wiederbeleben, denke ich mal. Du meinst hier, gell? Ja. Saving game. Alter, was passiert hier? Alter, das sind wir. Alter, ja. Zwei kleine Spermien. Ich schwöre, ich hab mal dasselbe gedacht. Ja, ich wollte es erst nicht sagen, aber... Scheiße, es ist roter Mond. Nein. Es ist Blutmond. Oh ja. Wir können halt nicht weitergehen. Was meinst du, sollen wir hier einen Cut machen und in der nächsten Folge weiterspringen? Ich glaube, wir sind gleich eh tot. Okay, dann lass weiterlaufen. Ja, okay. Oder wollen wir hier beenden und in der nächsten Folge findet ihr heraus, ob wir sterben? Das ist doch wieder so unfair. Ja, dann halt nicht. Ja, komm, lass doch noch kurz. Ihr habt ja schon mich geflamed in den Kommentaren mit, es ist ein gottloses Ende. Ja, bei Murky Divers, weil es euch interessiert. Ich hab ne Idee, guck mal, er läuft nicht. Warte, warte, warte. Was ist, wenn ich es schiebe? Es ist auch noch nicht nachts. Guck mal, ob er kommt. Ich gucke, ob er kommt. Ich schiebe. Kommt er? Nee, er ist anders drum gedreht. Jetzt kommt er, glaube ich. Ja, er kommt. Nee. Doch. Aber er ist langsam. Er ist langsam. Ich glaube, er verfolgt uns. Er kommt. Ich schiebe uns einfach jetzt mal hier so ein bisschen. Ich schiebe mal mit. Mal schauen, ob das dann schneller geht. Du kannst dich nämlich auch umdrehen. Ja, aber ich kann halt nicht schon. Ah, okay. Hands full. Okay. Ja, ist schneller. Scheiße, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Geh rein, geh rein. Wie? Stopp. Stopp using. Wie? Wie? Mit G. Okay. Mit G. Okay. Mach die Tür. Okay, okay. Jetzt mach das doch nur wieder kaputt, Digga. Das war so unnötig, die Türen zu holen. Wir sind hier nicht. Oder mach das kaputt? Mach Licht aus. Ich hab kein Licht. Das ist der Moment, in dem wir sterben. Die Musik geht in den Linden. Ja, ja. Okay. Er geht wieder. Das heißt, jetzt ist gleich die nächste Uhrzeit. Ja. Ich kann nur noch... Alter, wie laut die Musik. Ja, Plötzwits. Da vorne ist die Stadt, glaube ich, oder? Und, und, ich glaube, da vorne ist die Stadt. Jawohl, es hat geklappt. Echt? Siehst du es? Ja. Das sieht aus wie eine... Ja. Nächstes Mal sehen wir, was in der Stadt passiert. Antwerpen. Spaß, nee, komm. Antwerpen. Antwerpen. Nein, das ist feierig. Nein, Mann. Nein, oder? Das wäre ehrenlos. In 10 Sekunden ist die Folge zu Ende. Ich trage dann sofort auf Aufnahme beenden. Noch 5 Sekunden? Wir müssen gleich schieben, weil unser Kristall fertig ist. Ja, der Kristall ist fertig. Scheiße. Was ist denn das für ein Geräusch? Ich schiebe jetzt. Okay. Hilfst du mir? Also, Leon will euch Content bieten, Freunde. Schaut ihn euch an. Natürlich, Freunde. Schaut Duriday an. Teilt das Video jetzt. Duriday. Teilt das Video jetzt mit all euren Freunden und empfehlt uns weiter. Wir wollten uns nochmal bedanken für das Super Thanks. Das könnt ihr nämlich machen. Das haben wir noch nie erwähnt. Falls ihr mal einfach uns Geld übrig habt, wenn ihr uns supporten wollt. Falls ihr uns supporten wollt, könnt ihr das gerne über den Super Thanks-Button machen. Vielen, vielen Dank. Gleich da, oder? Ich hoffe es. Ach, du lässt nur noch mich schieben. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Komm. Ich schiebe. Pushen. Ich schiebe, ja. Push. Pushen. Immer durch pushen, Freunde. Sei ein Super Saiyajin. Los. Ja, ich bin ein Super Saiyajin. Ja? 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 Ja. Ja. Schieb. Okay, ist das noch? Wieso verlässt du mich? Ich bin noch da, Digga. Also, ich... Guck mal oben. Ich schiebe so einen riesigen Wagen. Komm rein, komm rein. Hinter uns ist ein... Er kommt, er kommt. Oder? Nee. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Er ist noch weit weg. Ich bin jetzt drin. Jetzt hast du mich verarscht. Mach weiter. Schnell! Nein. Was? Nein. Was? Nein. Du hilfst mir ja nicht beim Schieben. Führe meine Befehle aus. Er kommt, jetzt mach doch was, bitte. Der Blutmund kommt. Wieso? Was soll ich denn machen? Ich mal mit der Kreide auf der Tafel, okay? Mach die Tür auf, wenn du mir nicht helfen willst. Hallo. Hallo. Junge, wie kann man so gottlos sein? Wieso? Der Blutmund kommt. Kommt der? Ja, er kommt. Er kommt. Er kommt. Was machen wir jetzt? Ist es noch weit? Ich weiß es nicht, Bruder. Okay, wir sind da, wir sind da. Er kommt. Er kommt. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Guck, er bleibt stehen. Ich glaube, das ist einfach so ein Spielding. Ja, und jetzt? Nee, er kommt. Wir sind durchgebrochen. Echt? Oder dagegen. Er dreht um. Jetzt dreht er sich wieder mit dem Rücken zu uns. Können wir da irgendwie? Ich mache jetzt hier mal zu. Ah, guck mal. Hier. Hier ist ein Pfeil an der Wand. Was dieser Pfeil, Pfeil bedeutet. Alter. Das seht ihr in der nächsten Folge. Von Pilgrim, Freunde. Grim. Pilgrim. Schaut mal Leon an. Ja. An alle Fußballfreunde. Süß. Hat man auch so eine Maske. Äh, so ein Loch unten. Meine Maske. Oh, bei dir sieht es aus wie... Oh. Süß. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Äh, bevor der Typ kommt. Schnell. Okay, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Freunde.